Das Nebelstand nahm und komplett bis auf die letzte Schraube zerlegt wird. Das Nebelstand nahm und das Nebelstand nahm. Die Hispano Aviation HA 200 SAETA Jetzt aus dem Messmitz-Sichtum Hispano Aviation HA 200 SAETA Die SAETA wurde in den 50er Jahren von einem deutsch-spanischen Team unter der Leitung von Willy Messerschmidt in Spanien konstruiert. Und das war in den 1990s mit den Ägypten Erfors. Der Leitung hat sich in der Mitte der Arena Wir sehen uns die letzten Jahre in Helikopters Transport und Attack Helikopters Jetzt kommen wir gleich zurück in Zeit zu einem der ersten, mass-produkt und erfolgreichsten Helikopters